Glückwunsch zum Sieg! Wie gut hat dieser Last-Minute-Sieg getan? Sehr gut, klar. Wir haben die letzten Wochen vielleicht nicht so gestaltet, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben uns deswegen auch viel vorgenommen für heute. Und wenn es auch im Endeffekt glücklich war, dass wir in der letzten Minute das Tor gemacht haben, ich denke, wir können zufrieden sein. Was kann euch das jetzt für Mittwoch mitgeben? Ein positives Erlebnis natürlich. Ich denke, es wird wieder ein starker Gegner sein. Wir spielen wieder auswärts. Die Champions League ist natürlich wieder etwas anderes. Da müssen wir uns drauf einstellen, da müssen wir uns vorbereiten und das werden wir auch tun.